Hi Freunde und Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir zocken Shakes and Fidget. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung um was es hier geht. Von daher lassen wir uns doch mal überraschen. Okay wir können uns einen Charakter aussuchen. Magier, Krieger, Kundschaft, Sassine und Kampfmagier. Würde ich sagen nehmen wir hier so einen Kampfmagier. Wir haben die Völker, Menschen, Elfen, Zwerge, Gnome, Dämonen, Koblenz, Dunkelelfen und Orks. Dann nehmen wir die Dämonen. Der sieht ganz cool aus. Und ich nehme den MC-Sata. Okay. Hi, mein Name ist Shakes. Du siehst aus, als könntest du ein paar Tipps gebrauchen. Lass uns in die Taverne gehen. Du erreichst sie links über des... Okay, und die Taverne ist wo? Ach hier. Für bestandene Abenteuer erhältst du Gold und Erfahrung. Sprich gleich den Auftraggeber am Tisch an... Ja, danke. Was willst du? Du siehst aus wie jemand, der für ein bisschen Geld alles macht. Ich brauche Ding, Deusbray oder ein wohl Augenweiser nach Skapa. Töte dort so lange Monster, bis du irgendwie fündig wirst. Sei besser erfolgreich. Sonst musst du mich weiter so ertragen. Waschen ist mir zu aufwendig. Bist du dabei? Okay, dann... Während eines Abenteuers kann... Wir können mehrere Geschwister, ne? ... 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 Wie ich sehe, kommst du gut zurecht. Hol dir im... Es geht endlich wieder bergauf. Psst. Hey. Okay. Am Teuerlos kannst du dir auch antrinken, frage den Barkeeper. Es ist alles so aufregend. Okay, also manche Quests kann man überspringen. Ich verstehe noch nicht so ganz den Sinn des Spiels, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Okay. Na, du Trampel? Ach so, wir sind schon Level 2. Was willst du? Was denn? Okay, eine Minute warten und Tee trinken. Beim Pilzdealer Pilzerkopf. Du kannst keine anderen Spieler angreifen, während du aufreißen bist. Du an der Arbeit. Ich schließe dein Abenteuer ab, bevor du Spiele angreifst, okay? Nein, gut zu wissen, Alter. 605 Gold, habe ich schon 16 Pilze. Ich frage mich gerade, wofür wir die Pilze brauchen. Ah, da bist du ja. Hilfe, Support, Auktion, Glücksrat, Ehrenhalter, Gilderat. Wie, man kann hier sogar eine Gildesuchgeräte an Dungeons? Ist das hier World of Warcraft 2.0 oder wie verstehe ich das hier? Wie weiß ich, die auf die Linke sehen, dass ich mich nicht vorherige? Und ich habe ihn mit dem Spielfeld니meren. Wie ist es? Hier in der Arena kannst du gegen ebenbürtige Mitspieler um Gold und Ehre kämpfen. Okay, danke für die Tipps. Okay, wir haben die Wahl, den greifen wir dann an. Okay, danke für die Tipps. Okay, wir haben leider voll verloren. Du solltest so schnell es geht eine... Okay, mit dem passen können wir auch holen und wir können spillen. Okay, okay. 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 Nice, wir haben Level 4 erreicht, meine Freunde, ich würde aber sagen, weiter geht es in der nächsten Folge, geht auf KnobbyStack1 oder auf meinen anderen YouTube-Kanal, Markus Eichler. Ich bedanke mich fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.